Hallo, mein Name ist Eberhard Schui und ja, heute bin ich hier, weil ich von FotoTV gefragt wurde, ob ich denn einen Lieblingsfilm habe. Und tatsächlich, da musste ich überhaupt nicht nachdenken, für mich der beste Film bei FotoTV ever ist der, und jetzt muss ich den Namen nochmal gucken, Nobuyoshi Araki, der bereits 2008 interviewt wurde von FotoTV. Und ich habe diesen Film damals gesehen und wusste, das ist für mich und für Leute, die ja bei mir in der Ausbildung waren, damals noch absoluter Pflichtfilm. Dieser Mensch, dieser Fotograf hat wirklich seine Philosophie zur Fotografie so verinnerlicht, dass er sie mit einer Leichtigkeit umsetzt, die ich sehr, sehr beeindruckend finde. Auch der Typ selbst ist natürlich, er ist ein Typ und er ist unglaublich beeindruckt. Und ich weiß, er hat damals gesagt, dass er so ein bisschen über die Zoom-Objektive geschimpft hat und dass man nicht zoomen soll, das finde ich als Still-Lifer natürlich 100% richtig. Er hat den Satz denn allerdings vollendet, jetzt bin ich alt, jetzt darf ich auch zoomen. Also ich zoome bis heute nicht, obwohl ich auch alt bin, aber auch diese Aussage von ihm ist natürlich mega sympathisch. Also ich habe einen Film-Objektiv oder ein Film-Objektiv. Er hat mich ein Film-Objektiv. Ohne ich habe einen Film-Objektiv, der Film-Objektiv-Objektiv, weil ich so viel so viel zu tun bin, dass es ein Film-Objektiv ist. Also ich habe einen Film-Objektiv, dass ich so viel Zeitung nicht für eine Film-Objektiv, sondern ich habe einen Film-Objektiv. Ich denke, ich denke, dass ich mich in den Bildern habe. Ich denke, dass ich mich in der Bildung habe. Ich denke, dass ich das Bildern will, das beste ist, dass ich es. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich habe mir jetzt noch zwei, drei Sätze aufgeschrieben, die man gar nicht so vordergründig stehen lassen sollte. aber das, was er damit sagen will, das ist wirklich sehr beachtenswert. Und er sagt zum Beispiel, wann ich Fotograf geworden bin, ist mir gar nicht bewusst geworden oder es ist ihm gar nicht bewusst gewesen, ab wann er Fotograf ist. Und das finde ich sehr bezeichnend, weil ja sehr viele Leute Fotograf werden, um Bilder zu machen. Und bei ihm ist es genau umgekehrt. Er hat einfach Bilder gemacht und hat irgendwann festgestellt, dass er Fotograf ist. Und dieser Weg ist wirklich sehr beachtenswert und auch für die heutige Zeit noch der Weg, der ja eigentlich beschritten werden sollte. Und er sagt weiter, Vollkommenheit bedeutet Tod, deswegen lasse ich meine Fotos unvollkommen. Eigentlich muss man zu diesem Satz nun schon gar nichts mehr sagen, weil er ist so richtig und so beinhaltet so sehr, dass da eine Persönlichkeit hinter den Bildern steht, wie ich es also sonst noch nicht erlebt und ausgedrückt erlebt habe. Und er steht dafür für mich, für authentische Fotografie und hat einen Satz gesagt, für den ich ihm wirklich sehr, sehr dankbar bin, weil der so sehr auch ein bisschen auf mich zutrifft und auf meine Art der Fotografie. Ich wäre nicht in der Lage gewesen, das so klar und deutlich auszudrücken, aber ich stimme dem 100 Prozent zu. Werdet zu Sklaven eurer Objekte, so müsst ihr fotografieren. Und das ist 100 Prozent das Richtige, wie wir fotografieren, indem wir wirklich uns nur auf das, was wir fotografieren, konzentrieren. Nobuyoshi Araki ist für mich der absolute Tipp bei FotoTV. Diesen Film sollte man sich eigentlich alle halbe Jahre einmal anschauen. Und besonders interessant wird dieser Film, wenn man denn auch noch so ein bisschen die Hintergründe dazu kennt. Und dazu hat Marc die Geschichte zum Film, die er euch auch noch zum Besten gibt. Ich bin nicht Eberhard Schuy, ich bin Marc Ludwig von FotoTV und ich habe mich hier reingemogelt, denn lustigerweise ist dieser Film sowohl für Eberhard als auch für mich ein großes Highlight bei uns im Programm. Ich habe nämlich eine Geschichte zur Entstehung dieses Films, die ich euch kurz teilen wollte, die auch sehr witzig ist. Es war damals eine Ausstellung in Rom und weil ich selber Araki verehre als Fotograf, habe ich gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, den zu interviewen, dann fliege ich egal wohin. Wir haben ihn in einem Museum angefragt, wo eine Araki-Ausstellung war und die wussten wahrscheinlich überhaupt nicht, wer da kommt. Irgendwie das deutsche Fernsehen hatte Interesse an einem Interview, haben uns durchgewogen, haben gesagt, jawohl, ihr könnt kommen. Wir also nach sieben Sachen gepackt, damals noch mit sehr sperrigem Gepäck, auf nach Rom. Und wie das in Italien so ist, man wartet erstmal eine ganze Zeit, bis irgendwas passiert. Dann sagte man uns, jawohl, ihr könnt da oben drehen und Araki kommt dann in einer Stunde. Er kam nur leider nach einer halben Stunde. Wir gerade, kurz davor, unser Set aufzubauen. Also erstmal totaler Adrenalinschub. Araki, muss man wissen, spricht nur Japanisch. Ich hatte zu der Zeit einen Praktikanten, der mir sagte, er könnte Japanisch. Und nur so haben wir uns auch getraut, diesen Film zu machen. Ich konnte keine Fragen stellen, sondern er hatte sich welche notiert. Und Araki ist ein total durchgeknallter Typ. Der kam rein und lachte sich halbscheckig und setzte sich sofort hin und sagte, los, los, los und so weiter, so weit ich das verstehen konnte. Dann stand ich da und habe nichts verstanden, was geredet wurde. Es wurde halt gedreht, von daher war ich einigermaßen beruhigt. Erst als der Dreh dann vorbei war, sagte mein Praktikant mir, wie schwierig das war, Japanisch zu sprechen, den zu verstehen und uns mit unseren Fragen verständlich zu machen. Und als wir den Film dann übersetzen haben lassen, haben wir auf der Tonspur gefunden, dass Araki sich totgelacht hat, weil er sagte, ihr versteht ja überhaupt nichts von dem, was ich euch da erzähle. Und er hat gelacht und gelacht. Trotzdem, er ist ein Medienprofi, er weiß, was er zu erzählen hat. Das hat er getan in diesem Film und dementsprechend hat er einige tolle Sachen erzählt, die offensichtlich Eberhard Schuy auch beeindruckt haben. Wenn ihr den kompletten Film sehen wollt, geht auf unsere Seite fototv.de. Dort könnt ihr euch einen Nutzer registrieren und dabei den Newsletter abonnieren. Wenn ihr das tut, bekommt ihr als Dank fünf sogenannte Credits, die euch ermöglichen, den Film und vier weitere komplett zu sehen. Würde ich auf jeden Fall machen. Das verpflichtet zu nichts. Ihr könnt euch jederzeit vom Newsletter abbestellen. Aber der Araki-Film macht schon eine Menge Spaß. Und wir haben noch viele hundert weitere solcher Interviews mit Fotografen. Also das lohnt sich. Kommt mal rüber und schaut euch das an. Bis zum nächsten Mal.